nebel habe ich ein visier und habe mich nebel wieder mal ein gegner direkt hier vorne haben der und ziel ist da da sind hunde ja da waren hunde da waren hunde ja 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 so gefängnis 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 hätte ich jetzt gesagt ich fahre nur mal zum ersten mal aufzug hier kein aufzug fahren ich glaube ich Was ist das? zugenommen welche etage aber ich und mein boss boss ist noch weiß ich 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 Entschuldigung, ich bin genau in dem Moment weggegangen. Ich bin genau in dem Moment weggegangen, ich bin genau in dem Moment weggegangen, ich bin genau in dem Moment weggegangen. Ich bin genau in dem Moment weggegangen, ich bin genau in dem Moment weggegangen. Hast du irgendwie ein Akku-Problem oder was? Wo der Fenster habe ich gesetzt? Da muss eine Falle hin, hinten an das Fenster muss eine Falle hin, da hat er schon, und die vorne an der Tür muss. Also ich habe hier... Hier ist eine Falle. Dann haben wir alle Eingänge zu. Crane? Nein. Also jeder an einer Tür? Ja ich stelle mich da jetzt bestimmt nicht offen hin, Papa. hier ist schon klar aber müssen uns das liegen über uns hin stellen ich setze mich hierhin hier kann man nicht nicht sehen und bleibt da wo du bist wünsche ich hätte mir schrumpen und ist das die grüne hier ist große grüne box ja hier vorne sehr schön danke bitte eine kugel voll der gewinn jetzt grad ja was das kannst du nicht aus den normalen dinge aus dem hast du das habe ich ja schon die sind ja alles schon verbraucht eine kugel kann die entscheidende sein von daher nehmt ihr ich bleibe hier lieber stehen östlich ja osten osten norden oder nordost der osten wärm schätzen ja schön wenn das klappt schuss 345 grad das könnte gerade hinhauen sind wir miteinander beschäftigt und ihr ich entschärfe hier guckt euch um sagt bescheid ob ich entschärfen kann ich habe ja ich sehe ganz leicht ja ok kommen dann türen wo sie aus müssen richtung südosten ok wer ist denn jetzt die 1 bis zu ronni oder nicht ok ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich habe keine ausdauer ich hasse es denn ich brauche weiter nach osten alea direkt osten laufen nix in unserer nähe gewesen hast du noch einen papa ja ich habe es erledigt das ist ein boot scheiße ich muss mich löschen ich sterbe bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen habe ich mal einen vernünftigen geistesblitz gehabt noch nix zu sehen da wäre ich mal zum mohr wolf verstehst du mohr wolf alea guckst du einmal nur richtung ja super noch eine schöne runde du Tschütütütütü Das war's. Ah, eigentlich die doppelte Gesundheitsspitze. Das ist eine neue Karte. Ja. Äh, wo seid ihr beiden? Ah, da ist er noch. Ah, da ist der andere. Ein Boss auch nur? Äh, natürlich kein Schrott-Schnabel, ist ja klar. Aber hier geht's ja nicht weiter. Ja, mein Fehler. Hi. Hilfe, 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 Hilfe. Hä? Weiß? Hunde, was macht jetzt alles auf einmal? Wo bist du denn? Da wo wir reingekommen sind. So, erledigt. Jetzt könnte ich noch eine erste Hilfe vom Mannskasten wir brauchen. Pelican? Ja. Hier. Ich. Ah, da. Geht mal hier runter. So jedenfalls nicht. Ja, er wird schon gemacht. Was ist? Nix, der Schwarm hat mich erwischt und ich hatte nur noch einen kleinen Balken Energie. Was seid ihr da am machen, hä? Ich komm jetzt zu dir. Ich hab von oben die Hive erledigt. Ich brauch heute diese Blutegel. Ich hab' ich sogar fertig. Hm, das ist direkt nebenan. Ja. Ja. Wollen wir? Ja, ja. Was war das? Ich hab' ja noch drei Balken. Oh, das war die falsche. Habe ich. Aber auch schon. Du, dass ich nicht drunter stand. Emulator. Mein Gott, der läuft doch so alt viel. Ach, das ist doch da, wo wir letztes Mal so getrickst hatten hier, ne? Mhm. Was blöd ist, ich hab' mir blöde Raben. Auf jeden Fall noch was hinter uns. Wenn die Raben jetzt hochfliegen. Wir haben euch sowieso schon gehört, so viel Lärm wie ihr macht. Da wär' ich tot. Wenn sie wüssten, wo ich bin. Warum sind hier nur diese Riesenblöcke? Ich hab' die Frage, greifen wir an. Oder wach' nur ab. Halt schwer, ne? Du siehst keinen da drin. Ne, ich hab' bis jetzt auch keinen entdeckt. Ich hab' nur ein Laufen hören hier in dem Gebäude. Und jetzt haben sie aufgenommen, jetzt ist es eh hinfällig. Was? Ich weiß nicht, worauf der jetzt geschossen hat. Hat einer von euch Sicht benutzt? Ja. Ich drücke immer N für die Karte. Die sind genau östlich von uns. Da sind Hunde. Anderes Team in Anmarsch. Da hinten. Kommen genau von der anderen Seite. Jetzt ist er da. Was ist denn das für'n Geräusch? Was ist denn das für'n Geräusch? Weiß' ich nicht. Vielleicht Silencer? Wäre möglich, ja. Wir sind auf jeden Fall vor uns. Was blöd ist halt, man kennt auf der Map noch nicht alles, ne? Mhm. Wir haben ne Falle gesetzt. Glaub ich. Ja, das sind die. Das ist das Bounty Team, das hier noch drinnen steht. Wir wissen also, dass wir da sind. Wir wissen nicht so oder so. Die haben ja Sicht. Ja, heißt ja nicht, dass wir sie benutzen. Wir wissen, dass wir sie auch nicht mehr benutzen. Wir wissen, dass wir sie nicht mehr benutzen. Wir wissen, dass wir sie nicht mehr benutzen. Die. Hinter uns. Was? Ja, Ronny hinter uns. Da war grad einer. Ich hab verschossen. Da ist einer. Getroffen. Wo ist der hin? Geht weg. Ist nach rechts weggelaufen. Ja, das war dieses Biest-Typ oder wie der sich schimpft. Dieser Schrag. Ich bin down. Wo? Von innen? Ne, keine Ahnung. 75 Meter. Wetterli. Mhm. Der kann in dem Turm drin sitzen. Links vor dir, vor dir, vor dir, vor dir, vor dir. Da am Stein. Ah ja, jetzt haben wir ihn gesehen. Scheiße. Sitze genau zwischen den Fronten, verdammte Kacke. Hab einen. Der ist rechts, ne? Pass auf. Jetzt ist die Frage, ist das Bounty-Team, glaube ich? Ja, könnte vom Bounty-Team sein. Bei wem guckst du jetzt? Bei dem Vater. Okay. Du stehst, ja, wo, ne? Geht noch. Halt aufpassen, die können von allen Seiten auf die da schießen, ne? Das ist aber die einzigste Stelle, wo man nicht von vier Seiten offen steht. Na, Lea, du musst aufpassen, da war nämlich dieser eine schwarze Typ. Ja, da vorne, der ist tot. Okay. Den hab ich grad erschossen. Das war irgendwie... Dieser komische, ja. Rechts. Die sind definitiv rechts von mir, von daher. Ja, da läuft das innen, oder? Weiß nicht, ich guck grad bei deinem Vater. Ja, aber ihr hört das doch bestimmt auch. Ich hör... Wir hören nix. Er hat grad nur die Geräusche von dem anderen Spieler hier gehört. Wo ist der Vogel? Ne, das ist auf Holz. Der läuft da innen. Wer ist hochgelaufen, Ronny? Ich hab's gesehen. Ja. Ich hasse das. Wenn ihr schießt, bleibt nicht mehr in der Hocke. Lauft. Immer aus der Hocke rausgehen. Und... Mann! Warum... Warum schießen die einen Schuss, und du bist tot, und man selber schießt, und man ist nicht tot? Und er hat dir einfach einen Kopfschuss gegeben. Links, Alia, bei deinem Vater auf der Leiche ist einer gewesen. Ja. Und jetzt können sie von allen Zeiten kommen. Vorschläge? Keiner. Keiner. War da oben auch... Links. Links. Da läuft die ganze Zeit schon einer. Der ist aber innen. Würdet ihr's sagen, oder? Nee, der hat auf Kies gelaufen. Das war nicht innen. Rechts. Ich würde wahrscheinlich da den Partner aufheben. Na, du musst auf jeden Fall mal die Position weg, sondern die wissen ja jetzt, wo du bist. Ja, aber wohin? Die sind überall. Ja, weiter nach außen. Links. Links. Oben. Oben. Oben, glaube ich, habe ich was gesehen. Da oben. Ja, das hört sich aber tiefer an. Da ist er! Da oben. Oh, Mann. Nicht in der Hocke bleiben, bewegt euch. Es ist doch einfach für die, dass ich erschossen werde dann. Untertitelung des ZDF, 2020 auf jeden fall nicht das team was den dings das kopfgeld hatte das war eins von von außen ja